Moin Leute, Paolo mal wieder nach langer Zeit für euch am Start, heute mit ein Review zu der Puma Pitch Shorts. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Die Puma Pitch Shorts, die wir euch rausgesucht haben, ist im Endeffekt schwarz, hat ein paar kleine Akzente, das sind so eine weißen Streifen, die einfach an dem Rosenbein befestigt sind. Sieht ziemlich cool aus. Der ganze Style ist mehr in so einem Jersey-Style gehalten, also wie diese Trikots, ist ziemlich atmungsaktiv und luftig und man schwitzt auf jeden Fall nicht so leicht in dieser Hose. Ihr könnt jetzt nochmal genauer sehen, dass dieses Material von der Hose wirklich ziemlich dünn ist und ziemlich atmungsaktiv. Die ganze Hose ist nochmal mit Bündchen und Kordelzug versehen, das heißt, wenn ihr die Hose etwas weiter braucht oder etwas enger, ist das kein Problem, die passt sich problemlos eurer Figur an. Die Hose besitzt natürlich auch noch ein paar kleine Details, wie zum Beispiel am linken Hosenbein, das bekannte Puma Cat Logo oder wie vorhin schon angesprochen, diese weißen Streifen an dem Hosenbein. Das lässt sich die Hose einfach nochmal ein bisschen cooler wirken und etwas besonderer. So, das war es von meiner Seite zu der Hose. Ein paar Informationen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein Name ist Paolo, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.